Liebe Trader, die Marktbreite wird immer dünner und der Leitindex notiert schon wieder mit mehr als 2% im Minus. Panik muss reifen und sie tut es auch. Im heutigen Video gebe ich eine Übersicht über interessante Rebound-Kandidaten. Woran erkennt man eigentlich eine schwache Marktbreite? Wenn wir uns hier die Deutschland-TF-Prime-Liste anschauen und unseren Fokus, unseren Blick links unten ins Eck richten, dann sehen wir, 244 Werte dieser Liste notieren aktuell im roten Bereich und nur noch 18 Werte können ihr grünes Vorzeichen verteidigen. Allein an dieser Verhältnismäßigkeit wird deutlich, dass der breite Markt sich wirklich schwach präsentiert. Wenn wir dann natürlich noch nach den Top-Verlierer-Aktien sortieren und wir sehen eine Vielzahl der Werte notiert mit mehr als 2 bzw. 3% im Minus, dann sprechen wir von einer schwachen Marktbreite. Und ein Tipp vorweg, unter der Alarm-Konfiguration kann ich jetzt nur wärmstens empfehlen, dass dieser Reiter hier auf angeschaltet ist. Das heißt, wenn eine Aktie innerhalb des Tages um mehr als 5% verlieren sollte, erhalte ich zum einen eine Notification im Trading Desk sowie aber auch eine Push-Notification auf das Smartphone über die TraderFox Pro App. Insbesondere beim Rebound Trading ist Timing der entscheidende Faktor. Und wenn Aktien über die Vortage schon stark verloren haben und kommen dann innerhalb des Tages nochmal zunehmend unter Druck, dann kann es relativ schnell gehen, dass die Aktie von minus 5 auf minus 8, 9% fällt. Im Idealfall. Und es kommt dann am Ende noch zu dieser finalen Peak-Bewegung. Dann hätten wir schon den ersten interessanten Rebound-Kandidaten und für mich ist das immer eine große Hilfe, gerade in den schwachen Marktphasen. Kommen wir jetzt allgemein zu den Ansätzen, wie ich Rebound-Kandidaten ausfindig mache. Ansatz 1 sieht folgendermaßen aus. Ich wähle in der Deutschland-TF-Prime-Liste das Kriterium Abstand vom Hoch und wähle das 4 Tage Hoch als Referenz und sortiere jetzt nach den größten Kursverlierern ausgehend vom 4 Tage Hoch. Wir schauen uns den Chart von MBB an. Und ich nehme hier jetzt auch mal in den Chart noch die Bollinger Bänder hinzu, dass man auch den Unterschied zum zweiten Ansatz versteht. Eine MBB-Beteiligungsgesellschaft hat jetzt vom 4 Tage Hoch schon mehr als 13% an Wert verloren. Wir sehen aber, dass das untere Bollinger Band noch relativ weit entfernt ist, sodass ich auch schon früher ein möglicher Rebound heute oder in den Folgetagen abzeichnen könnte. Und deswegen habe ich zwei Ansätze. Zum einen arbeite ich mit den Bollinger Bändern und zum anderen schaue ich insbesondere auch gerne bei den trendstarken Werten immer nach dem größten Abschlag innerhalb der letzten 3-4 Tage und in einem allgemein schwachen Marktumfeld. Ist es durchaus möglich, dass solche Aktien innerhalb von 2-3 bzw. 4 Tagen 15-25% einen Kurswert verlieren. Und wenn wir dann am Ende noch eine solche finale Peak-Bewegung sehen sollten, dann haben wir exzellente Chance-Risiko-Verhältnis für ein sogenanntes antizyklisches Long-Manöver. MBB gehört entsprechend auf die Watchlist. Süß Microtech hat jetzt vom 4 Tage Hoch auch schon wieder mehr als 11% verloren. Wir schauen uns auch hier den Chart an. Bis jetzt ist mir die Abverkaufsbewegung noch zu kontrolliert, vor allem was den heutigen Tag angeht. Wir sehen ja schon wieder eine leichte Erholungsbewegung. Aber süß wird hochinteressant, wenn es hier zu einer weiteren Abwärtswelle kommen sollte, die die Aktie dann im Idealfall wirklich in Richtung 12 Euro befördert. RIP-Software war der Top-Bulle in den letzten Tagen am Markt, hat jetzt aber vom Hoch auch schon 10% verloren. Und wenn eine RIP-Software jetzt beispielsweise im Zuge dieser weiter anhaltenden Schwäche in den nächsten Tagen in Richtung 26 bzw. 25 Euro fallen sollte, dann wird auch diese Aktie für mich für einen Rebound interessant. Und wir sehen auch die Bollinger Bänder hier. Das untere Band ist noch entsprechend weit entfernt, aber schon deutlich früher könnte sich hier ein Rebound abzeichnen. Und deswegen fahre ich hier diesen zwei geteilten Screening-Ansatz. RIP-Software packe ich mir auf die Watchlist. Und spannend finde ich zum Beispiel auch die Chart-Situation bei Data Group, hat vom vier Tage hoch 11% an Wert verloren. Was wäre hier das Idealszenario? Ich blende mal die Alarme hier aus. Wir nehmen dieses letzte lokale Tief noch heraus, dann beschleunigt sich die Abwärtsbewegung nochmal kurzfristig und dann kommt es zu einer dynamischen Konterbewegung. Aber beispielsweise wenn Data Group im heutigen Handel in Richtung minus 10% fallen sollte, dann wäre ich je nach allgemeiner Marktentwicklung womöglich auch schon früher bereit, einen ersten Rebound-Test einzugehen. Ansatz Nummer 2 sieht folgendermaßen aus. Ich gehe über die Navigation unter Radar, Radarbox Scan. Hier arbeiten wir jetzt mit dem Kriterium Bollinger Band. Ich wähle das untere Bollinger Band als Kriterium. Stelle sicher, dass wir auch hier mit den Tagescharts arbeiten. Und jetzt kann ich hier direkt mal nach den größten Ausreißern sortieren. Und was ich sagen muss, so breit gefüllt war diese Liste schon sehr lange nicht mehr. Das Marktumfeld ist gefährlich. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt aktuell klar nach unten. Als Trader müssen wir jetzt sehr diszipliniert vorgehen und für mich sind eigentlich die einzigen Signale, die ich jetzt gerade handle, reine Panik nach unten hin, wenn Aktien stark übertreiben sollten. Und auf diese Szenarien möchte ich mich gezielt vorbereiten. Welche Titel habe ich hier auf der Watchlist? Eine Dürr. Notiert jetzt auch schon mit knapp 4% außerhalb der Bollinger Bänder. Schauen wir uns den Chart an. Also wir haben jetzt hier schon eine klare Übertreibungsphase vorliegen, aber es fehlt eben noch diese finale Panik. Immer aus dieser finalen Panik heraus haben wir die größten Chancen, dass sich in diesen Aktien auch wirklich lokale Tiefs herausbilden. Und wenn jetzt eine Dürr in Richtung 90 Euro weiter fallen sollte, dann haben wir schon sehr interessante Kursniveaus, wo man ganz genau hinschauen sollte, ob wir eine erste Panikreaktion bekommen. Unter den DAX 30 Werten. Eine Volkswagen Aktie notiert jetzt auch schon mit mehr als 3% außerhalb der Bollinger Bänder. Wir sehen, der Chart ist auch stark angeschlagen und die Aktie hängt mehr oder weniger in der Luft. Aber wenn es hier in Richtung 140 Euro noch gehen sollte, dann wird auch eine Volkswagen Aktie hochinteressant für ein antizyklisches Longmanöver. Ähnliche Situation. Wacker Neusen hängt noch in der Luft, notiert mit knapp 3% außerhalb der Bollinger Bänder. Wir haben die letzten lokalen Tiefs gerissen. Der Abwärtstrend ist intakt und eine weitere Beschleunigung im Idealfall hier wirklich in Richtung 26 bis 25 Euro. Wäre auch hier ein sehr attraktives Setup für ein Rebound. Und zum Beispiel auch eine Leonie hat gestern die letzten lokalen Tiefs gerissen. Auch hier setzt jetzt diese unmögliche Beschleunigungsphase ein. Und im Bereich von 48 bis 50 Euro wird auch dieser Titel für mich auf der Long-Seite interessant.